So, willkommen zurück. Wir machen nochmal einen Random Run. Minus 4. seht ihr, 4 mal Isaac Scheiße, 1 mal Lilith, in Ordnung, aber ich kann es einfach nicht spielen. Assassin, was brauchen wir denn da noch? Was brauchen wir denn da noch? Nur noch Mega Satan. Gut. Wenn es das sein soll. Soll es das sein. Das heißt, wir können ja gechillt spielen wieder. Und es nicht hier treffen lassen. Mhm. Toll. Und was gibt's? Den Controlled Friend. Tolle Wurst. Obwohl ich es mit Assassin gar nicht so schlecht vielleicht. Ich kann ja einfach den hier wegbämsen jetzt. Ganz safe. Ach, war das alles so schön, dass man Freibuff los spielen konnte und immer nur so einzelne Dinger hier gebraucht hat. Also, das macht schon Spaß, muss man ja schon sagen. Schon cool. Ich kann ja erst noch den Shop finden. Da ist er schon. PhD. Zwei Münzen noch. Na dann. Danke. Ach, da gibt es auch noch eine Pille. Latsch. Das ist ja super, super gute Pille. Danke, Spiel. Danke, Edmund. Ja klar, schießt den einfach in meine Richtung. Gut. Gut. Scheißegal. Scheißegal. Passt schon irgendwie. Wir haben herzlich für den Devil Deal. Auch gut. Wir dürfen keinen Devil Deals nehmen. Wollen wir einen Mega-Satan machen. Ah, komm, darfst auch noch was arbeiten hier. The World. Ja, das nehmen wir direkt mal. Gehen wir hier rum. Aha, was haben wir hier? Vision. Ja, Vision in der nächsten Ebene, würde ich sagen. Das nehmen wir mal mit hier. Komm, dann können wir das auch machen. Das zeigt, glaube ich, beide Itemräume an. Answers. Ja. Ehrlich jetzt? Scheiße. Der Control-Trend ist vielleicht gar nicht schlecht, muss man sagen. Für... Oh, Pretty Fly. Sehr schön. Der ist vielleicht gar nicht so schlecht. Das hier auf jeden Fall. Der Rest gar nicht. Curse Immunity wäre natürlich auch fett, wenn wir noch genug Geld finden. Hier war ein Dings noch, ne? Der Geheimraum. Das zählt auch als guter Zweitrollbomben. Sehr schön. Komm. Gut. Ja, von mir aus. Ups, ein Fell hier. Was gibt's hier? Die waren früher auch besser. Pin. Oh. Sehr schön. Devil Deal dürfen wir nicht nehmen, also würden wir uns darüber freuen, wenn es kein solcher Devil Deal wäre. Okay, das ist ja eigentlich noch in Ordnung. Dann brauchen wir jetzt wirklich nichts. Gut, direkt am Anfang. Was gibt's? Der ist in Ordnung. Da wir eben oft nah ran müssen. Jetzt fehlt doch mal ein bisschen Damage so langsam. Oh. Ja. Was hüpfen die denn hier so? Mann, 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 Mann. Mini Sackly. Was ist denn hier noch? Geht nichts mehr. Gut. Und hier, ich weiß gar nicht mal wie. Auch hier nach unten geht's noch. Na, gehen wir erstmal hoch jetzt. So geht das, glaube ich, schneller. Gut, dann war das hier unnötig. Ui, ui, ui. Mehr Glück als Verstand. Den machen wir so kaputt. Na, wo ist mein Freund? Na, wo ist mein Freund? Weg bist du. So, gut. Dann gehen wir erstmal hier rüber. Und finden was Schönes. Da müssen wir nämlich nicht rangehen. Da war zwar ein bisschen, aber. Also mir wurscht. So, gut. Wir haben ja. Gibt es jetzt, dass er jetzt nicht drin ist? Echt jetzt? Oh Mann, ist das unfair. Viel Bomben verschwendet. Einigermaßen gerettet, aber hier ist auch nichts, wieder falsch gelaufen, wieder ein Itemraum, der war ja schon am Anfang, endlich, man. War klar, ich geh einmal dran und zack. Da ist wieder nichts Gutes drin. Gut. Jetzt aber mal Pillys, genau. Was? I found Pills, I found Pills. Hier ist er, das ist doch schön. Und das hier nehmen wir mit. Wir gehen hier in die Mitte, kann nichts passieren und töten die Einzelnen. Ich muss mal gucken, dass ich die nicht so kaputt mache, dass sie mir eh Schaden machen können. So, Shop waren wir. Na klar, war klar. Hm, das ist nett. So, das würde ich gerade hier im Schub der Wut nochmal aufladen, aber was sonst? Was? 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 Oh oh. Rotten Baby und wieder kein Angel Deal. Darf doch nicht wahr sein, oder? Ist verrückt. Echt verrückt. Kein Fluch. Danke. Und ich gehe gleich wieder drauf. Oh. 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 Oi. Pillen, das ist doch wieder die iPhone-Pilzdinger, ne? Die Spawnen alle in mir, ich hab gedacht, die Spawnen in der Mitte vom Raum. Naja, bis zum nächsten Mal, bye bye.